Das ist 82 lang liebevolle DDR-Bauweise. Ein Weferlinger Heimstolz LC 285. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich mache es noch einmal und dann nehmen wir raus, was am besten ist. Das ist unser neuer Mini-Wohnwagen, echte DDR-Markenqualität. Von uns und mit ihm entsteht in den nächsten Monaten ein Blog und ein YouTube-Channel zum Thema Lebensfreude, Gesundheit und Gleichgewicht. Lebensbalance ist unser großes Thema zwischen Beruf und Karriere, Familie, persönlichen Wünschen und Träumen. Wir fragen uns jeden Tag, wie es gelingen kann und mit diesem Wohnwagen machen wir uns schon bald auf die Suche und sind unterwegs zu interessanten Menschen, Orten und suchen Ideen, die uns auf dem Weg vielleicht ein Stück weiterbringen. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei sein möchtet, uns abonnieren möchtet und schaut, wie es mit uns und dem Wohnwagen weitergeht und wo er uns noch überall hinbringt. Wir freuen uns, wenn ihr euch alle ja gerne habt, wenn ihr rein, dann wird es ein Stück weiter騙t und wünscht. Und, um einfach und beim Kurven, dann kommt es komplett aus dem quatro Grad zu treffen. Und ich habe es geimpft, dass die ganze Zeit lang ein Stück weit mehr, wenn ihr euch geschaffen hat und dass ihr das vier Tage nicht möchtet. Und, um viel weniger StundenPS sind, das müssen wir auch immer noch abhalten und man abhalten und zwar einen tollen turnen und auf dem Weg kommen. Und, um einen schwerer, wofür sind auch attraktiviert. Und, um 2.0 Uhr hier bei uns ist, was ihr ein bisschenlebene Musik. Und zwar das ist ein paar Jahre, viele Jahre langsimal, Keinepulz, die wir uns zusammenkuchen.